Paul ist der jüngste Sohn von Michael und Heike. Im nächsten Schuljahr wird er eingeschult. Deswegen ist er für die U9 angemeldet. Das ist eine von zwölf Vorsorgeuntersuchungen für Kinder, von U1 bis U11. Dabei gibt es für Paul zurzeit viel wichtigere Dinge. Seit drei Monaten stellt ihn sein Handballtrainer nicht mehr ins Tor. An die U1 kann er sich nicht mehr erinnern, da war er gerade zwei Stunden auf der Welt. Während der kleine Paul größer und größer wurde, wuchs auch die jeweilige Vorsorgeuntersuchung mit. Alles, was Paul in seinem späteren Leben Schwierigkeiten machen kann, wird vorsorglich untersucht. Knochenbau, Motorik und natürlich alle Stufen seiner körperlichen Entwicklung. Wie entwickelt sich sein Sprachvermögen und sein Spiel- und Sozialverhalten? Hat er alle wichtigen Impfungen? Wie geht es seinen Zähnen? Natürlich werden alle diese Untersuchungen von der BIC bezahlt. Tochter Lena ist schon bei der U11. Da geht es auch um ihren Medienkonsum und ihr Verhalten in der Schule. Pauls U9 ist nun speziell dafür da, die Fähigkeiten zu testen, die für die Schule wichtig sind. Und Probleme der Motorik oder beim Hör- oder Sehvermögen sofort zu korrigieren. Jetzt sieht Paul die Bälle, die er halten soll, viel besser. Auf die Reservebank muss er so schnell nicht wieder.